Und ich kann euch sagen, ich kann das nicht bestätigen. Was ist das? Alter, das war sniped, aber auf der Abseite. Ey, dein Arsch noch war gesniped. Alter! War das richtig? Scheiß! Bonzo Abo Muchachos! Und seid herzlich willkommen beim weiteren GDR 5 Custom Map Rennen. Nur mit dem Dekor. Der ist hinter mir, wo er hingehört. Der Dekor. Und wir spielen eine geile Monster Truck Rennen. Ein Batman. Wie ist das ein Batman weiter? I am Batman. Batman Liberator, genau. Oh, was ist hier los? Und hier müssen wir nach oben. Waffen sind freigegeben. Oh, ich bin oben! Ich bin oben! Nice! Dekor, kommst du auch? Wie er da unten rumkrippelt. Wir fahren schon mal weiter. Muchachos! Der Link zu diesem Job ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Genauso wie Intro und Outro. Und diese Level nur mit dem Dekor sind ja immer schön am trolligsten. Wir müssen zugeben, oder ich muss zugeben, wir haben die Map gerade schon mal einmal gezockt. Und wir haben auch mal ein bisschen kennenzulernen. Und da habe ich ein bisschen gefällt. Dekor, magst du nur das erzählen? Ich weiß, ob ich nicht einfach wieder Aggressionen kriege, wenn ich das erzähle. Weil ich nicht greifen kann, wie man so dämlich sein kann. Ich bin nämlich, ihr habt ja gerade gesehen, da ist, man fährt ja so ein Haus nach oben. Und hinterher ist eine Wand und ich bin mittendrin einfach rausgestiegen, sodass unser Monster Truck da drin festgebackt war. Und dann konnte man ja nicht mal hochfahren. Dann haben wir uns gedacht, okay, starten wir die Map nochmal neu. Und jetzt haben wir es direkt beim ersten Try gestanden, obwohl wir davor schon 10 Minuten rumgepimmelt sind. Und Dekors auch geschaffen. Wir sind nur 10 Minuten rumgepimmelt, weil ein scheiß Auto dazwischen gesteckt hat. Ich bin immer noch darüber aufregend. Wie kann man so dämlich sein? Neko, da ist so ein 2 cm Spalt und du musst in meinen Arschloch. Ich steige einfach mal aus, du musst in meinen Karre da. Alter, jetzt cruise ihr richtig schnell nach oben. Second Try und zweimal erfolgreich. Neko, das sieht schlecht für dich aus, Mann. Ich verstehe echt nicht, wie man so behindert sein kann, wie du. Oh fuck, das wird aber... Ah, ich weiß nicht, ob das das wird. Ne, ich glaube, wir müssen da nochmal neu hoch. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin so ein Sniper, Mann. Ich bin so ein Sniper. Neko, was ist da los? Neko? Was willst du von mir? Mal sehen, ob du es direkt schaffst. So. Gut, das ist mein, was wieder dazwischen steckt und ich noch nicht hochkomme. Jawoll, ich hole mir den Sieg. Ich bin... Das war ein bisschen asozial, das gebe ich zu. Aber... Weil du einfach nicht dran gedacht hast. Das war keine Absicht, das war einfach... Ich hab dran gedacht, natürlich. Bin doch nicht so dämlich. Doch, bist du. So, mal sehen, ob es Deko... Ey, mach, ich weiß, ey. Malbossa hört echt auf. Wir können heute echt nicht viele Aufnahmen machen. Weil es ist die erste Aufnahme. Malbossa hat mich schon wieder auf 180, weil er einfach so richtig behindert ist. Deko, wenn du es jetzt schaffst, dann hast du meinen Respekt. Ich kann es nicht schaffen, weil ein Auto dazwischen ist. Da musst du dran vorbeifahren. Kann ich nicht, weil er auf dem Punkt ist. Das schaffst du, Mann. Ich vertraue dir. Glaub doch mal an dich. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Du, 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 stell dich der Gefahr. So, und wir cruisen jetzt ins Ziel. Und dann schauen wir nochmal Deko zu. Ob der Jünger das packt. Und... Ab ins... Ziel! So, wir sind Numero Uno. Und wir schauen jetzt mal Deko zu. Ob er es denn überhaupt noch versucht. Deko, komm. Was? Versuch's doch wenigstens. Was? Ey, es geht nicht. Versuch's los, einmal für mich. Das ist ja doch genau in der Mitte. Okay. Ja, warum geht das Auto denn auch genau da kaputt? Nicht. So, muchachos. Das war's mit der ersten Map. Wir haben Deko schon ordentlich vorgeglüht. Mal schauen, wie es in der zweiten Map abgeht. Bis gleich. Bazinga, muchachos. Da sind wir wieder. Eure Losers. Ich bin der Deko. Und wir zocken wieder. GTA Custom Map. Und zwar... Irgendwas mit WarRide. Big WarRide. Giant WarRide. Ich weiß es nicht. Big Epic WarRide 2. Wir haben gestern, bzw. ihr habt gestern den ersten Teil gesehen. Und mal schauen, wie diese Map jetzt abgeht. Wir zocken wieder mit dem T20, weil das ist ja irgendwie die neue OP Lane. Warte mal. Oh shit, Alter. Und Deko ist wieder in seinem normalen Zustand. Aggression ist wieder weg. Aber auch nur knapp. Ich fahr die ganze Zeit zwischen diesen Dingern. Oh. Alter! Der T20 hat sich da rasiert. Der ist echt gut, ey. Wuhu! Und? Was? Nein! Nein! Wuhu! Wuhu! Ich hätte... Ich hätte nichts, aber ich hatte schon... ein Speed-Teil. Das hätte ich nicht abschießen können. Oh shit! Das wird auf jeden Fall wieder ein krasser, krasser, krasser WarRide. Der wird richtig. Ich habe eben schon ein Bild vorher gesehen. Und das Ding ist einfach riesig. Ungefähr so wie man schlommen. Ich wusste, dass da sowas kommt. Und ich kann euch sagen, ich kann das nicht bestätigen. Was? Was? Alter! Das war sniped, aber aufs Bärmste. Ey, dein Arschlach war gesniped. Alter! Was? Leg dich an! Alter! Ey! Ich lass dich die ganze Zeit befreund. Oh, wie geil! Alter! Das waren aber zwei richtig lucky Snipes. Ey, das war... Das war kein bisschen gesniped. Du bist einfach... Randal nach hinten geschossen. Der erste war auch noch mal gesniped. Der zweite war einfach nur nach hinten geschossen. Oh, oh, oh! Okay, du dürftest eigentlich gleich beim War Ride sein. Hier links dürftest du irgendwo sein. Ich seh den, hab den schon gesehen. Ja, ich weiß noch nicht, wo die Auffahrt ist. Warte! Oh, nicht ins Meer fahren! Ich darf nicht so sehr rumschauen. Wir sehen schon gar nicht mehr. Aber ich mag das, wenn man erstmal ein bisschen fahren muss bis zum War Ride. Wuh, 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 wuh! Bist du da, oder was? Nee. Ich seh ihn noch nicht. Ich seh ihn noch nicht. Der T20, der lenkt sich sehr geil. Ich seh ihn noch nicht. Wichtig. auf der seite genau in den zaun rein nein 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 bitte nicht ich wollte den punkt da nicht so im arsch gewesen hätte ich eingesaillt was das ist aber butterweich hier butterweich oh da war schon weich auch von mir da guckt euch das fiese ding an ok jetzt die wirklich die frage wollen wir uns hier weiterhin trollen und abschießen und nutzen wir die chance hat sich zu krass überdreht ich muss auf den t20 erstmal klarkommen ich glaube deko hat den ja schon mal irgendwann genommen oder nein bitte nicht also ich glaube deko wird damit besser klarkommen also bei mir überdreht er doch etwas krass bewegt dich ich habe nicht darauf gewartet dass du anfängst zu schießen das hat aber das hat das skill wie du es einfach ausnutzen kannst dass ich kein c4 habe und dann verkacken wir weil ich die sicht am anfang noch nein kurz bevor ich respawn konnte bin ich ausgestiegen und ich lande butterweich fast genau auf dem punkt was auch geschafft ja natürlich egal deko war eindeutig schneller und deko hat sogar weniger 3 war ja immer bevor drauf fahren konnte von bossa abgeschossen ich glaube ich das war wirklich mein zweiter oder dritter 3 erst ja was warrad angeht bist du ja auch gar nicht so schlecht hallo deko hast du eine rakete nein der hat eine rakete ich glaube der wollte mich auch gerade abknallen deswegen hat er ein bisschen gewartet langsam kenne ich den jungen mann schade ich dachte ich hätte ich muss ich irgendwie kriegen das wird aber schwierig das gute ist ich habe es kurz nach dir geschafft das heißt du wirst nur ein try im vorsprung sein gleich die map ist aber geil 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 ist echt schön cool viel gefahren oder auch dass man erstmal ein paar mal so eine rampe fahren da ist ein kleiner schlauinen nein 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 aber fast verkackt deko macht auch keine fehler gerade was fehler deko was oh nein hier ist gefährlich das ist ja schon aber du warst zu weit weg von mir und haben wir Wolltest du einen Helikopter abschießen oder was denn? Nein, ich hab im Sprung abgefeuert, weil du das mal hinter mir warst und ich dachte, wenn ich die im Sprung abgefeuert habe, ich bin dann nach unten geflogen, vielleicht das wäre ja richtig Kilo gewesen das wäre unermals gefeuert, ich hätte mich auch schon gefreut, ich habe so ein erwartungsvolles Grinsen im Gesicht gehabt Hättest du mal gerne, aber ich mache mir ein paar Fahrfehler Ja, wärst du perfekt gefahren, hätte ich dich getroffen Ja, du darfst damit niemals rechnen, ne? Mal Wasser fährt nie perfekt Eingebaute Sicherheitsmechaniken sind das Und da kommen die Drifts Die Drifts, die Drifts So Oh, schade Ey, das wäre so hammer, hätte ich dich da getroffen Das hätte Skillart Wenn du jetzt gleich den Jump verkackst Dann hab ich nochmal Please Und? Und wir sind wieder bei Deko Oh yeah Nein, was? Wieso kann man diesen Scheiß Zaun nicht überfahren? Nein Hallo Mr. Deko Was? Das ist genau der Fehler, die ich auch gerade gemacht habe Oh nein, wie flippert man das denn? Oh, geil ey Das war meine Deko-Aura Von hinten hat sie dich erwischt, ey Ich hab's schon wieder nicht geschafft! Oh nein, ich hab's nicht auf dem Warlight geschafft, nicht richtig Oh, ich hab's immer noch nicht! Jetzt, Beeilung Beeilung ist angesagt Wir müssen es mit dem ersten Try schaffen Oh, ah Und ich komm nicht richtig raus Oh nein, und ich komm nicht richtig raus Ich glaube ich nicht. Ja! Geil! Kurz zuvor! Wie kurz vorher, du verkackt! Ah, fuck! Okay, ich wollte gerade aussteigen und dich mit dem Dings abballern. Nee, ich habe schon gesehen, dass es nicht klappt, weil ich zu krass Lenkbewegungen hatte. Ja, ja! Nein, ich habe... Ich bin zu krass unter Druck gerade! Und Deko schafft es! Nein, ich flieg ins Meer! Ja! Nein, 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 nein! Ah! Nein! Ich bin auf dem Rand vom Pier gelandet! Ja! Nice! Karma, bitch! Warum stehst du davor? Bist du behindert oder was? Jetzt steht da ein Auto genau vor der Rampe. Ah! Super gemacht, Deko! Äh... Das wird schwierig so! Wenn du mich da noch von hinten abknallst! Nein! Er hat es schon wieder geschafft! Und diesmal springt der wunderbar! Nein! Nein! Meiner hat leider auf Sniper gewechselt! Wollte ich ab... Abknallen! Und zwar noch mit dem um die Ecke fahren, weil das Auto da stand, ey! Was? Hat er sich kurz wieder eintariert, ey! Und dann ist er gesprungen wie ein Gott! Einfach so! Oh! Also der Warratt an sich ist eigentlich relativ simple! Ich habe ihn jetzt auch wieder... Irgendwie schaffe ich ihn immer erst, wenn du ihn geschafft hast! Das ist ja dann ist leider zu spät! Eigentlich wollte ich den Deko einfach mal wieder gewinnen lassen, dann... Punkt! Das sind 25 Sekunden! Das müsste eigentlich... Die Strecke auf der Straße ist nicht mehr so weit! Oh, da bist du erst! LOL! LOL! Das schöne ist, das haben wir jetzt auch noch mit einer Aufnahme drin! Ich habe gerade die Kamera ein wenig geschwenkt! Und schon war... Verkackt ja so hart, ey! Aber OnePlay Deko! Aber ich muss sagen, um mich zu schützen... Beide Warrattes habe ich auch geschafft! Deko, machen wir noch eine oder war es das? Äh, 10 Minuten... Wir machen noch eine... Bup! Bis gleich, Muchachos! Gleich! Willkommen zurück! Alle guten Dinge sind drei! Wir haben mit einer Monster Truck Runde gestartet... Dann hatten wir Supersportwagen... Und jetzt sind wir... Back to the Roots mit dem Fahrrad unterwegs! Oh, yeah! Das ist ja fast gar nicht mehr! Das ist aber keine Level Asian Map... Sondern das ist eine Map, die zu knapp 70% weiter... Empfohlen wurde! Deswegen... Soll wohl ganz gut sein! Ah, das heißt... Wahrscheinlich auch, sie wird nicht ganz so schwer sein! Leute, bist du hier hoch mit dem Fahrrad? Oder? Hallo! Ist ne Fahrrad Map! Ist ne Fahrrad Map! Äh, nicht! Doch! Bist du behindert? Hallo! Ist das echt dein Ernst? Ey, bist du ein Reiskopf! So! Ja! Jetzt fahren wir wieder mit dem Fahrrad! Kommt der mir so? Weißt du? Oh, jetzt ist dein Fahrrad im Weg! Das ist gar nicht! Ey, willst du mich verarschen? Oh, yeah! Jetzt ist deine Leiche im Weg! Bitte lassen sie mich! Bitte lassen sie mich! Guck mal, wie viele Fahrräder schon wieder davor sind! Warum wohl? Hauptsache er fängt ja an mich rum zu... Ey! Ich würd sagen... Das schwer wird sich darüber, dass da sieben Fahrräder im Weg liegen! Ey, wir machen jetzt einen Friedensvertrag! Als hab ich dich da jetzt durchflassen würde! Ja! 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 Wir sind durch! Hauptsache ich spawnen neu und er hat keine Waffen mehr ausgewählt! Hahaha! Das war die Rache, dass du zu Fuß gegangen wirst, Eko! Das war die Rache für deinen Arschloch! Oh! Das habe ich nämlich mies zerstört! Nein! Da verkacken wir schon! Deko wird gleich wieder kommen! Wie lange brauchen wir, um aufs Fahrrad zu kommen? Das ist echt dein Ernst, ey? Ja, haben wir dich! Warum schießt er denn nicht mehr weiter? Musst du nachladen, ne? Ich komme noch nicht hoch! Ich habe schon wieder keine Waffen mehr ausgewählt, ja! Hahaha! Ist das unfair! Du warst in deiner scheiß Spawning Area! Und Deko rusht direkt durch! Hä? Wie hast du es dann geschafft? Ach, du hast es nicht geschafft! Nein! Okay, wir machen jetzt wieder Friedensvertrag! Komm her! Ja! Dieser Junge, ne? Der ist wie so ein Ork, ey! Den kann man nicht vertrauen! Please, Alter! Bewege dich! Bewege dich! Hahaha! Ich habe die Stinkefinger schon gesehen, du Tickgesicht! Hahaha! Geh doch mal weg da! Hallo! Ich try jetzt erstmal! Warum springt der erst, wenn ich dagegen stoße? Ist der behindert? Los! Geh weg! Ja, ich gehe schon! Achso, weißt du was du ausstellen musst? Du musst Sprinten ausstellen! Dann ist das kein Problem! Hä? Hahaha! Ey, kannst du dich an dieses scheiß Fahrrad-Parcour-Map erinnern? Ja, genau das war mein Gedanke gerade! Hahaha! Ey, warum? Ey, was ist dein Begehr? Ey, er springt einfach nicht! Warte, ich drücke jetzt einfach schon vorher auf, springen! Habe ich auch versucht! Fick dich, Alter! Ganz im Ernst! Ey, das ist... Warte mal, ich fahre jetzt mal ne Runde hier! Dadadadada! Dadadidi! Jaaaa! Weiter geht's hier im Programm! Okay, nice! Oh, das wird ne richtig geile Fahrrad-Parcour-Map! Schade, dass wir die ganz am Ende nochmal hauen, weil das ist so ne Parcour-Map, die könnte man schon fast Solo machen. Hallo, Deko hat's auch geschafft! Oh ne, wir müssen mit Full-Speed! Mit Full-Speed müssen wir da hoch! Das war auf jeden Fall nicht Full-Speed von mir gerade! Ja, man! Ja, man! Wuhu! Nächster Punkt! Ja, bei uns läuft es gerade, Muchachos! Ich denke mal, hier müssen wir einfach runter, oder? Wir springen einfach! Wow! Nice! Und wie gesagt, auch die Map ist in der Beschreibung 70% Weiterempfehlungsrate, ist für sowas eigentlich eher ungewöhnlich! Oh, diese Map wäre mit Dehner und Kev, glaube ich, awesome! Awesome! Vielleicht machen wir die ja nochmal mit Dehner und Kev! Aber es wäre, ne, es wäre auch wiederum blöd, wenn die doppelt gemoppelt ist! Hallo Deko, dann seien sie willkommen! Hallo? Hey! Hey! Ich hab dich nicht erschossen! Das ging zu weit, ey! Du hast es versucht! Oh! Wie behindert ist das denn bitte schon wieder gewesen, ey! Und? Huh! Nice! Deko hat es immer noch nicht die Muschi, der kann... Oh! Oh! Nein! Nein! Ey! Ey! Warum? Was ist hier mit meinem Fahrrad los? Hauptsache, das war richtig im Spinning-Modus! Jawoll! Haben wir auch! Deko will wahrscheinlich gleich wieder schieten, können wir nur nicht! Upcheaten! Deko sieht kacke für dich aus! Kein bisschen! Ne? Oh, du bist ja schon wieder da! Ey! Du hast hundertprozentig gescheatet, ey! Wen soll ich denn gescheatet haben? Äh! 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 Ach, da hinten! Scheiß aus für dich! Was ist das für ein Scheiß? Hä? Wie bist du denn gescheatetet? Wo bist du denn gefahren? Du warst einfach gerade durch! Echt? Ich bin dann die Treppe hochgefahren! Ja! Die bin ich auch hochgefahren! So! Ich bin auch über dich drüber gesprungen! Ey! Ja, Mann! Das war der Rache-Kill! Ja, das ist einfach jetzt der Kill, der dich zum Gewinner gemacht hat, weil du mich genau vom Punkt gemacht hast! Rache-Kills sind erlaubt! Sieben Kilometer vor mir bist! Ja, dann möge der bessere gewinnt, Deko! Oh! Oh! Wohin? Hä? Wie? Wann? Wo? Wer? Ach, da drauf? Ist das denn ernst? Deko, Mann! Ich weiß, wo es lang geht! Ich war auch gerade da lang! Haha! Nice! Das hast du geil gemacht! Hier wieder raus! Ey! Ich seh nicht, was von mir kommt! Nein! Und ich bin jetzt genau an dem scheiß Punkt vorbeigefahren! Alter, Benni! Du hast mich ja richtig weggerotzt! Vollgas! Please! Ach, da geht's lang! Muss ich abknallen! Komm! Warum wird da keine Waffe aus? Oh! Ja! Nein! Wie unfalltet war das denn bitte? Das kann nicht wahr sein! Damn! Du bist so ein... Ey, du bist so ein Teufels-Quadratficker! Das ist unglaublich! Ey, die wurden Ratten ins Arschloch gesteckt! Ratten! Oh, yeah! Muchachos, das war's! Den GTA 5 Customer brennen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Unglaublich! Link zu den... Intro ist in der Beschreibung! Link zu den Maps ist in der Beschreibung! Alles drinnen! Und reingehauen! Bis zum nächsten Mal! Bye, bye! Ciao, ciao!